Also wir haben alle drei das Problem, dass wir morgens einfach nicht aus dem Bett kommen, weil der Wecker zu leise ist und uns nicht richtig weckt und so. Dann haben wir halt überlegt, was wir machen können und weil wir am Anfang halt keine Idee hatten, haben wir irgendwelche Sachen aufgezählt und dann ist ein Wecker dabei rausgekommen. Und bei uns das Problem ist halt, der Wecker ist halt nicht laut genug und das ist hier bei unserem Modell dasselbe. Also ja, wir wollten eigentlich einen Wecker machen, aber uns fehlt halt so ein Real-Time-Modul. Also mussten wir sozusagen alles mit Delays machen und so. Also jetzt ist es nicht wirklich ein Wecker, sondern eigentlich eher sozusagen eine Stoppuhr oder eine Eieruhr. Und man kann halt eine bestimmte Zeit im Code einstellen. Also zählt dann die Zeit ab und dann fängt er an zu piepen, also sehr leise, weil wir keinen richtigen Lautsprecher hatten. Und halt, wir haben dann halt irgendwie eine Minute Zeit, also jetzt gerade, also halt wenn es anfängt zu piepen. Und ich glaube, wir sind ein bisschenane